Hallo und herzlich willkommen zu euren neuen Runden des Let's Play Smite mit ganz vielen Let's Plänen diesmal mit Anne, mit Nightshade, mit Maxi, mit Crabsworn und mit Mau. Hallo. Hallo. So. Bann Fenrir. Nein, tu das nicht. Das ist gar nicht gut. Nein, tu das. Bann Fenrir. Oh, du hast es verpasst. Echt jetzt. Echt jetzt. Echt jetzt. Ich bannen, hallo Gruppe. Keine Ahnung. Ja, Loki fliegt auch. Ich wollte sagen, ich hab gefallen an Loki gefunden. Ich hab das letztes Mal gespielt. Hau Loki weg. Wenn Gott. Voll die Katze ist auch... Also falls es euch nicht aufgefallen ist, liebe Zuschauer, wir spielen heute 3 gegen 3. Und wir müssen bannen und sind damit überfordert. Sehr schön. Achso. Kann man nur einen bannen? Ja, anscheinend schon. Ich hab Konzeptwahl. Keine Ahnung. Data und Anne. Jetzt picken wir beide. Apollo. Okay. Was pickt ihr denn hier? Uh. So. Wahrscheinlich kommt jetzt nochmal von dir ein... Obwohl, ne. Ne. Einer wird gebannt oder so. Ja, wahrscheinlich bei nur 3 Spielern ist wahrscheinlich nur einer. Ja. Apollo ist Physiker. Heißt das, dass ich bei uns jetzt Tank spielen muss? Echt jetzt, Leute? Ich darf halt nicht immer nehmen. Ich darf halt nicht immer nehmen. Hank oder Assassin? Dann lieber Assassin. Ne, aber ist Anne nicht, ist Anne nicht auch so... Dooooll, dat Gemskin. Ist Anne nicht auch so ein Damage-Dealer da? D-E-V-1. So ein Zwischenweg. Oh, das wäre natürlich jetzt echt ne... Okay. Mach ich nicht. Wollen wir uns eigentlich in verschiedene Aufnahmeräume move'n, damit... Scheiße. Ach, wir haben die jetzt mal rausgebracht. Das volle Gemetzel gibt's hier. Richtig. Das volle Gemetzel sind... Wie ging es nach links? Scheiße, warum sind die auch da? Ja, genau. Wir machen zuerst das Camp, damit rechnen die nicht. Ich schleif' mal von hinten an. Los, nein, ich will mal was, was du gut schiebst. Als ob ich unsere Gedanken lesen könnte. Spider-Man. Ja, jawoll. Wir nehmen schon meinen Feenriband, ey. Ach, Leute, ist doch eh nur Just-Verfahren. Die Teams können wir eh nicht balancen, weil Mahou von allen doppelt so hohes Level hat. Ich nicht. Also ist eh Just-Verfahren. Wahrscheinlich gerne doppelt so fernes Gehen. Bitte? So, warum läuft das hier noch so lange ab? Können wir nicht anfangen, einfach. Nee, dafür nicht. Weil wir... Sparieren... Du streckst die Folge künstlich in die Länge. Das tut mir ja leid. Wer hätte jetzt Götter tauschen können, halt. Wer hätte quasi jemand Flüsspick retten wollen. Ja. Ich kann nicht mehr mit dir tauschen, Mahou, weil du Apollo nicht hast. Richtig. Hä? Ja, das macht Sinn, wenn du die Götter nicht tauschen. Weil Mike möchte mein Geld nicht haben. Was? Warum das denn nicht? Ja, ich hab's versucht, das Götterfekt zu kaufen. Sagen wir es nicht. Mann, ey, guck dir das mal an, ey. Dieser Tarumaru ist schon Beta-Tester gewesen, ey. Das ist ja mal wieder vor das scheiß Matchmaking. Was ist denn das für ein Skin bei Gab? Alter Falter. D-E-B-1 ist das. Ich wollte mir ja auch den Geheimagenten-Skin für Apollo holen, aber ich hab's einfach nicht, äh... Der ist cool, ja. Der war teuer. Ja. Also ich hab mir 800 Stacken aufgeladen und dann dachte ich so, kaufe ich mir erstmal ein Skin für den guten Hercules, den Grand Slam wollte ich auch unbedingt haben. Und dann war das Geld auch schon fast weg. Ich weiß. Komm, wir machen das Mana-Camp, damit rechnen sie nicht. Okay. Guter Plan, guter Plan. Dann nimmt Poseidon das einfach. Okay. Dann haben wir einen Vorteil. Ja. 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 Du hast mir keiner gemerkt. Ist diese komischen Spinnlinge von Arachne jetzt nicht irgendwie geändert worden. Ja. Seit dem Patch vor 5600 780. Ja. Wenn Apollo kommt, boxt ich ihn weg. Okay. Ich mach ein echt das Cam. Damit hat keiner gerechnet, ne? Wack, komm. Ich hab ich jetzt weg. Ich hab' ich wieder weg. So hol's dir. Okay, ha' ich wieder weg. Habe ich. Hinter uns? War was? Was? Was war da hinter uns? Das ist ein Apollo. Ich bin gar nicht hier. Hab ich dich damit noch getroffen, Max? Nein, Leute, achtet auf die... Alter, der Skin ist ja mal ultra geil. Flugmodus! Flugzeug durch! Ich möchte dir übrigens darauf hinweisen, ich glaube, ein Witz oder... Vorsicht, Schnuppi! Ich glaube, es ist, wenn du einen Witz machst, dann sagt er irgendeine Linie... What the fuck? Hieß das eher geil, da schild die sehr geil aus. Wie mach mal den Witz? Da ist Witz oder was? Ein Chat? Nee, ich glaube, V und dann S, J, K V und dann was? V und dann was? V und dann was? Ich bin ganz schön. Das war blöd. Ja, ja, bin schon, bin schon. Flugzeug, alles gut. So, ich sag mal, einfach, greif den Titan an! Ich gröppeln hier. Ach komm! Was, du eine Ulti? Mach keinen Scheiß! Ja, das war die falsche Taste, um ehrlich zu sein. Danke! Upsi, weg! Oh, ne, Kraken! Wunderschön in der Schere, Alter. Ja, nein, 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 das ist schlecht gesetzte Kraft, um genau zu sein. Jaaa... Ich bin noch nicht verhause. Ich bin noch nicht verhause. Ich bin noch nicht verhause. Ich wollte ja eine Güte finden. Alter, kommt ihr Scheißdinger, warum... Ey, die Minions kennen dich hier! So wie! Ja! Wow! Was? Warum sind wir gegnerische Minions da? Das ist so scheiße! Du wurdest von der Minions gekürtet! Du wurdest von der Minions gekürtet! Wir sind gegnerische Minions da! Naja, aber ich meine... Nikolai wurde gerade... Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das erlebt habe. Haha, das ist echt so! Und das sagst du gerade! Und zwar nur für den Creeps! Wir haben nicht mal irgendwie einen Assist gekriegt oder sowas? Nee, wir haben nicht! Ja, wir haben die ganze Zeit nur diese kacken Krypschen laufen. Unsere Rennen schön dran vorbei und eure Rennen einfach durch! Guck mal, hier fehlen einfach Minions bei uns! Nein, die haben wir gerade abgeschlachtet! Achso! Au, au, au! Ich hatte so einen kleinen Tornado, der macht so Minions platt! Ah, ich bin... Flugmodus! Das fliegt... Ey! Der fliegt hier durch! Autsch! Mach mal keinen Scheiß, Leute! Ja, was soll ich denn tun? Ich werde hier nur noch gestunnt! Tötet sie! Nein! Lasst die Spinne in Frieden! Ja, was soll ich denn tun? Ich fliege! Töte das Flugzeug! Nein, die Minions! Töte das... Töte das... Das ist ja auch geil! Was sagt der? Damage Critical! Ja, Damage Critical! Ja, Damage Critical! Spricht sogar wie ein Roboter! Da hinten ist gerade was hochgeflogen! Okay, so muss ich kurz suchen! Als ob! Wo? Wo ist was hochgeflogen? Wo? Wo? Jetzt ist es weg! Au! Auf damit! Auf damit! Sofort! Ich denke, der ist ja schon ziemlich cool! Bitte lass dich nicht noch mal vom Typen schwimmen! Nein! Wenn jemand schwimmen... Werd jemand schon früher da gewesen, dann wäre das nicht... Apropos hochfliegen! Da fällt mir gerade was ein! Nein, Shane! Wie wär's, wenn du sowas mal ankündigst? Ja, das war aber wieder die falsche Taste! Es tut mir so leid! Was? Von wieder? Ja, das war nicht beabsichtigt! Doch Gott, ich bin hier nur gestunnt! Was ist das denn? Ach, das ist ein scheiß Spinnchen schon wieder hier! Bitteschön! Die drei ist so nah an der vier! Als ob ihr was erwischen würdet! Hilfe! 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 Wie dein Vogel! Ist das ein Vogel? Ist das ein Flugzeug? Nein, das ist das andere! Ein Flugvogel? Es ist ein Affe! Aber es ist ja wirklich! Es gibt eine Differenzierung zwischen Flugvogel und Laufvogel! Ja! Das ist korrekt! Auch wenn man sich eintreten soll, Vogeln müsste doch eigentlich definiert sind genug sein! Was machen? Achso, meine Kollegen sind in der Base! Hallo Leute! Na ja, der Vogel Strauß kann ja auch nicht fliegen, ne? Genau! Und der Emu auch nicht! Und die Kiwi auch nicht! Wenn es sogar eine Hummel schafft, die rein physikalisch nicht fliegen sollte! Herr Hummel, doll give a shit! Ja, genau! Aber die Vögel, die interessiert sich das nicht! Wir haben noch nie ein Public-Game gespielt, wo so wenig Kills waren! Ja, mhm! Es ist echt grad ein bisschen... Aber das ist ja... Wenig Kills meine ich null! Guck mal, wir kennen uns ja alle gegenseitig! Keiner will sich demütigen lassen! Das ist auch ein Grund, ja! Ach, komm her, diese komische Wasserpubel da! Der Wasserpubel! Hallo, da sind Haie drin! Respektiere die Haie, bitte! Keine Haie drin! Respektiere doch Haie! Ich zeig dir gleich mal meine Kutsche, ey! Die will keiner sehen! Fällt sind das auch Delfine? Wird ewig gehend das Spiel! Da, Minions! Minions! Da sind Haie drin! Ich glaub, das sind einfach irgendwie Heizzapfen hier rausgucken! Heizzapfen? Ich bin der Gott, das ist mir, dass du nicht... Der, keine Ahnung, Heizzapfen! Der, keine Ahnung, Heizzapfen! Boah! Jo! Das war der erste Film! Warum machst du so viel Schaden als Gärtner? Und tschüss! Early Denkhalter, ne? Ach komm! Du triffst nicht! 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 Ich hab noch nicht keinen Angriffsfähigkeit hier! Naja, hey! Anerv! Das war es nicht nütz! Au! Au! Du triffst nicht! Au! Crab, hat mich geschot! 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 Dich du auer gemacht! Ja! Auer! Crab, Glaub mir, ich spamm dir das in die Ohren, Max. Dann kannst du mal sehen, wie das aussieht. Ey, die spielen vom Passiv, ey. Ja, und wir nicht? Naja, die haben schon nen Kill. Ja, wir warten halt, bis der Tank halt tanky ist und dann rollt er einmal rein, Stuntläufig ja und raucht. Ich merke schon, Crabs, das lasst du doch deinen Schuss an. Verstanden. Das Problem ist, hier, der Puzzle... Drauf geht, aua! Dann... Oh Gott, ich bin so tot, ich bin so tot, ich bin so tot, ich bin so... Ja. Das Ulti hat mich voll erwischt. What the... Wenn man nicht frech jetzt hier. Maru, lass das bleiben. Drecher. Nicht töten, böse. Oh, oh. Noo! Komm schon, 4-0, Jungs, die können nix. Wir schleichen uns an. Du bist ein fucking Roboter, du kannst nicht schleichen. Ich mach mal. Ups, das war mal. Längst du mal, hab ich mal schnell das Damage Camp. Das wär cool. Gut. Das werden sie niemals merken. Ja! Ich glaub sie weg, wenn sie kommt. Ja. Fast. Läuft. Och man, dein... Nightshade hat das Damage Camp gemacht, der ist weg. Sehr gut. Naja. Siehste, ist halt keiner gemerkt. Ah! Geh weg! Ich hab wieder geschürzt! Ähm, kann das angehen, dass bei mir ein kleiner Grafikfehler war? Ich hab diesen Wirbel stimmt. Siehst du da so hättlichen Roboter im Ding? Naja. Der passt nicht ins Maid rein. Was macht der hier? Ja, das ist sowieso genauso wie hier... Janus. Das ist auch nur so eine Nightshade-Maschine. Och, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Haha! Oh Gott, oh Gott. Spider-Man. 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 Komm schon, Apollo-Maschine. Ey, der hat doch nichts mehr. Nope. Mann! Wieder seine Ulti zum Escape-Maschine. Anne, da hättest du mal schneller dran sein müssen jetzt hier, ne? Ach. Du warst doch da in der Nähe, Mensch. Ich bin zusammen mit Gap in der Base gelandet. Ich muss dich meinen Drachen nur schicken, um den mächtigen Roboter zu retten. Mächtige Drachen. Weil du hast auch einen Kill gekriegt. Wir legen nur für'm Finden, das ist nicht so toll. Ach. Ich versteck mich hier. Okay, das merken sie nicht. Ich versteck mich hier. Er ist unsichtbar, ich seh ihn auch nicht. Werden sie niemals merken. Wo ist er bloß? Ähm. Jolo. Ja. Oh shit. Ich hab mir schon wieder zum zweiten Mal jetzt verdrückt und hab ausgedrückt. Ah, ihr seid ja alle schon weg. Uhuhuhu. Das hat jemand Yolo gesagt. Und alles verrückt. Wer flattert denn da? Ich weiß nicht, aber irgendwie... Von hinten kommt Gap. Oh Gott. 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 Ich bin ein Fug. Flip all bitches. Wir nehmen nur noch was. Das muss noch nicht wahr sein, ey. Ich komme. Ich komme. Das ist gar nicht wahr. Report. Ja. Wie toll das auch aussieht da mit dem... Wenn ich nur Fenrir wäre. Ah, ich komm nicht weg. Wenn ich nur Fenrir wäre. Voll ödel. Voll langsam. Ja. Das ist Tatoru. Einsicht, wenn er jetzt mehr vom Tornado getroffen wird. Bam. Das hast du auch gesehen, Mario. Das heißt, die beiden Götter kombiniert... Erzeugt eine Wasserhose. Ja. Cool. Der Wind ist stärker als das Wasser. Cool. Bei dem Wind würde das Wasser euch in die Gegend schmeißen. Aber einen mehr. Lass. Bam. 221 Crit. Bam. Uh. 400 Crit. Bam. 300. Und ne kleine Welle. Auf jeden Fall Max fokussen gleich. Hi. Ja. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Maru macht halt auch echt einen guten Damage. Pssst. Deswegen. Ich lenke nur ab. Ich kann escapen ziemlich schnell. Aber Maru muss seine Fähigkeiten ja auch treffen. Stimmt. Ich kann einfach meine... Ich kann einfach linke Maus, dass sie gedrückt halten. Irgendwann geht es schon rein. Sollen wir reingehen? Sollen wir reingehen? Sollen wir reingehen? Sollen wir reingehen? Stand by. Die Ulti war ja gut. Die Ulti war ja gut. Keine Ahnung. Ich dachte ihr kommt gleich hinterher wenn ihr mal mitkriegt. So. Ja. Wieso sollen wir hinter der Ulti hinterher gehen, die niemanden getroffen hat? Das hättet sie ab. Hey, Arachne. Ja. Hätten sie gar nicht. Hi. Ich hab voll auf das Fliegen bedingste... Ich lenke dich eigentlich nur gerade ab, weil deine Kollegen gerade drauf gehen. Robo, komm. Ich verstehe. Oh, ihr genügend. Nein, 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 nein. Ich warte hin. Ah, kommst du zurück? Fast. Fast, Leute. Oh Gott. Tschüss. Eigentlich bin ich nur die Ablenkung, Leute. Ja, ja, ich mach's schon. Falsch gelaufen. Anne wollte jetzt in die unsere Phase gehen schon wieder. Ja. Verbs, hier kommt noch ein Affe. Nein, nein, da ist nichts. Anne, du kriegst den Affen. Da ist nichts. Kommst du her? Kommst du her? So. Nein. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt werd ich warm hier. Jetzt geht's los. Okay. Schnappt euch Gapf. Ne, der hat zu viel Leben. Aber schön, dass ihr Gap hinterher rennt. Bin super. So, jetzt hier. Jetzt drehen wir das. Jetzt bin ich mad, Leute. Jetzt drehen wir das im Einkick. Yeah. Reicht. Einschild dreht jetzt voll durch. Was? Auslauten. Auslaufen hier. Wo rollt ihr denn alle hin? Warum lauft ihr denn so? Ich hab Crabs weggeschubst. Jetzt wär zurückgeschubst. Ja, genau. Die anderen hat mich geschubst. Hab ich gar nicht. Lauf. Nämlich der Lehrerin. Welcher Lehrerin? Au. Ey, wieso triffst du mich mit dieser Kackbälle die ganze Zeit? Echt jedes Mal. Und ich bin immer nur ganz, ganz, ganz aus mit diesem Kackkegel. Ja. Reicht doch schon. Du bist immer noch im Kegel. Richtig. Außen ist auch noch im, außen im Kegel ist immer noch im Kegel. Ja. Heute Minions. Ja. Dagegen kannst du alleine kämpfen. Oh. Der war nice. Mächtige Drachen. Mächtige Drachen. Verdammt doch mal, jetzt staub doch einfach mal, ey. Echt? Deine Ulti? Ja. Traurig. Warum traurig? Traurig. Diese Kack-Ulti. Das ist schon mal so ein Bobby-Ulti. Was war was? Kürzer fliegt da einfach weg, ey. Sagen, ich muss so ein laues Lüftchen wählen auf dem Ding. Hm. Laues Lüftchen? Oh Gott, da kommt ein Pferd angeritten. Nein. Wir fliegen noch ein bisschen durch die Luft. Warum brennt das Ding eh nicht aimen? Das ist, das ist, das ist, das ist, äh. Wie lange fliege ich eigentlich? Ja, natürlich. Wie lange fliege ich hier eigentlich rum? Deine Mana halt. Das kostet Mana. Ach, ich seh's. Aber cool, aber man fliegt die ganze Zeit. Bis man kein Mana mehr hat. Das ist gut, das finde ich super. Ja, es... Ja. Es ist eigentlich, das ist ziemlich krass eigentlich. Ja. Mani, mani. Mani, mani. Mani, mani. Mani, mani. Mani, mani. Das sind alle. Ah, warte, komm, Raps. Mal hin, bist du. Ach, Kinders. Ach, Kinder, ja. Komm hier. Die Spinne. Lass die Spinne in Frieden. Schub sie weg. Nein. Tüte sie ein. Aber ich hab sie weggeschubst. Ohhhh. Hätte ich mal Laischen sterben. Oh, mit Fluch. In ein mächtigen Drachen reingelaufen. Ist ein One-Way-Ticket. Ja. Ach, guck, da kommt die Spinne wieder. Ja, die willst immer wieder. So. Schüttel einfach mal draußen auf der Fenster. Wir machen uns grad irgendwie nicht so richtig gut. Ach, pappelapap. Ihr macht euch super. Macht weiter so. Mach mal nur mal ein Möcken, ich hab schon killed. Stand-Bike. 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 Wenn ich eigentlich auf dich raufsetzen oder so? Das wäre voll eklig. Wenn die sich Held aufeinander setzen könnten. So ein Apollo oben auf dem Gap drauf. Piu, piu, piu. Krieg Schaden. Das sieht mich nicht. Schild. Das ist wie so ein Geschichtstor. Krieg wenigstens ein bisschen Schaden. Wie ich. Stimmt hat er gekriegt. Ungezieht vorgesichtet. Waaaaaah. 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 Alter. Mama. Was von... Ah, die Welle. Eieieiei. Ey. Au. Lebe wohl Nightshade. Lebe wohl Nightshade. Lebe wohl Nightshade. Gigi. Hehehe. Supersache. Lebe wohl Nightshade. Lebe wohl Nightshade. Ich kann doch sein Team zählen. Ey. Ich bin Wasser spiel hier. Das ist immer toll, wenn man sich auf sein Team verlassen kann. Ja, ne? Und gleich alle, alle auf Max. Egal was passiert, einfach alle auf Max. Also mein Ulti ist ready. Ja das ist schön für dich. Okay, und wenn Max nicht verfügbar ist, dann alle auf Maro. Sie ignorieren Craps einfach. Oder ich schubs ihn weg einfach. Craps zu ignorieren ist schwierig. Ich versteck mich hinter Craps, siehst du? Ich seh mich gar nicht. Also ich mein das ernst. Craps, links hinter der Säule steht ungeziefer. Du hast nix gesehen. Ist schon auf dem Scanner. Was sagt der Scout über ihr Power Level? Oh Gott, da kommt er. Und tschüss. Piu, 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 Piu. Piu, Piu, Piu. Nurika. Nurika. Oh, what the hell. What the? Ein mächtiger Drachen. Nikolai feedet. Ja voll. Ja, lass mich doch, ey. Lass mich doch feeden, ey. Ich bin dann halt mit so weiterfäschigend. Mach ab. Ouu. Aber wie ich mit deinem Mann würd ich mal töten? Ja, so close, but so far. Oh, no time, you. So. Ich bin dann zu. Hey, Leidy. Guck nach oben. Nein, nein, nein. Prozent Prozent zurück in eine Base-Mann als heißt es mir für den Weg kommen zurück in deine Base wie lange wollen wir noch auf Krebs einschlagen so lange nicht wirklich ganz amüsant Ich hab Kills, ja, er hat sogar die einzigsten 4 Kills gemacht, aber es ist halt Assassinen gegen Jäger und Magier ganz effektiv Da war was im Weg, irgendwie bin ich jetzt da Die Menge jubelt uns zu Die lassen voll aus, guck mal in die Ränge rein Der fällt gerade auf, diese Animation der Zuschauer, erinnert mich irgendwie ganz einfach in die ersten Fifa-Spiele Er hat meine Spinnchen getötet Weg, weg Ach komm Ach Arne Ach, da kommt ne Spinne von hinten Nein Komm, stirb Schaffst du das? Den kriegst du, den kriegst du ane Warte, ich warte nur auf mein Schild Da komm ich Da komm, wie gritt ihr euch da hinten Gap? Ja Tänz auf da rein und raus aus der Base Ach komm, ich geh Tschüss Tschüss Ja, weil ich den nämlich zu Bescheid mache, ne Ich kann dich vollschnittlich machen, ey Ist das geil, Alter Weil ich alle gegen mich kämpf Alter, habt ihr jetzt lange gebraucht Ich hab ja auch gerade Farben geschuldet Das war ja was, ey Der kann gegen den Terminator Ja, der macht Spaß mit dem, mit dem Skin finde ich den gut, sonst bin ich eine Scheiße Und nur mit dem Skin Oh Leute, das war's, bis zum nächsten Mal Tschüss, oh Gott, oh Gott Tschüss Das war's, bis zum nächsten Mal Tschüss